Also hallo, mal wieder Was ich euch mitteilen will, ist auf jeden Fall mir relativ wichtig Vielleicht könnt ihr ja auch irgendwelche Erkenntnisse daraus ziehen Für euch Jedenfalls Im Laufe der Jahre habe ich die Erfahrung gemacht Dass sie einen immer am schwächsten Glied angreifen Wer auch immer das ist Ich kann es selber nicht genau sagen Ich kenne die nicht mit Namen Es gibt halt bösartige Menschen Es gibt vielleicht auch bösartige Entitäten Die man nicht sieht Dem Huhn, Aliens, was weiß ich Es interessiert mich auch gar nicht, was es ist Es ist jedenfalls auf jeden Fall was da Sie greifen immer an, wenn du geschwächt bist Sie greifen immer an Am schwächsten Glied Das schwächste Glied ist meistens die Frau Weil Frauen eben auch darauf trainiert sind Hilflos zu sein und sich nicht wehren zu können Nicht alle, aber viele Und deswegen auch erstmal immer einknicken Und das habe ich das erste Mal erlebt Na ja, vor paar Jahren Habe ich mit einem Freund zusammen gewohnt Der hat Gras verkauft Und meine Freundin, damalige Freundin war auch da Und die sind morgens dann in die Wohnung rein Weil wir einen Streit hatten Hat wohl irgendeine Nachbarin die Polizei gerufen Ich war mies drauf, weil der Hund in die Wohnung gepisst hat Und habe ein bisschen rumgemosert Und habe den Hund zurechtgewiesen Und auch relativ lautstark zurechtgewiesen Das hat die dann, weil ich ja auch ein bisschen sauer war Und rumgeschrien habe Und die dann die Polizei gerufen Und dann haben sie natürlich die Wohnung durchsucht Haben halt nichts gefunden Aber haben natürlich Verdacht geschöpft Wegen Wagen Und wegen Utensilien Zum Rauchen und sowas Haben halt ein bisschen Mischung gefunden Aber nichts Besonderes Und ja Es war jedenfalls dann so Dass sie erstmal alle drei Bewohner Der Wohnung dann auseinandergenommen haben Dass jeder an einem einzelnen Punkt stand Bewacht von jeweils einem Polizisten Und meine Freundin haben sie dann mit Zwei Polizisten ins Kreuzverhör genommen Also die Schwächste Die behindert ist Und ja Die am schwächsten wirkt Haben sie halt als allererstes ins Kreuzverhör genommen Und ja haben dann erstmal versucht die auszuquetschen Unter Druck zu setzen und so Also das sind richtige Ja ich weiß nicht So machen das glaube ich in den Filmen auch immer die Oberbösewichte und sowas Ich weiß gar nicht Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor So dieses Muster was die da abgezogen haben Die haben sämtliche Energie aus der Wohnung gezogen Haben Geld mitgenommen Was ich gespart habe Weil sie gesagt haben Ja eindeutige Stückelung Ich habe halt immer Anfang des Monats mein Konto leer gemacht Damals als Protest Weil ich den Banken das Geld nicht lassen wollte Ja und das ist halt dann das Geld gewesen Was ich angespart habe Für den Monat Und für vielleicht einen neuen Bass Irgendwann mal zu kaufen Weil mein alter Bass Oder eigentlich mein Bass Den ich momentan habe Das ist eigentlich nur eine Art Dauerleihgabe Den ich mal als Mietzahlung für einen Obdachlosen bekommen habe Der bei mir gewohnt hat Und der wollte den halt irgendwann wieder Dann habe ich mir gedacht Ich kaufe mir einen neuen Gebe dem den dann zurück Aber das hat natürlich auch nichts gebracht Ja So geht das dann halt immer Irgendwie standen auch Standen direkt drei Polizeioberkommander bei mir Und haben dann Stress gemacht Mich dann auch unter Druck gesetzt Und ich habe mich dann vor die gestellt Und habe denen meine Meinung gesagt Und habe gemeint Hier Ihr könnt mir nichts Ich habe nichts Falsches gemacht Und im Knast wollt ihr mich sowieso nicht haben Das sage ich euch direkt Weil wenn ihr mich im Knast steckt Dann werde ich wahrscheinlich entweder Noch bessere Verbindungen haben Zur kriminellen Welt Und euch dann fertig machen Oder vielleicht werde ich auch einfach nur Und das wird wahrscheinlich eher der Fall sein Anfangen die Leute da Umzupolen oder so Und Das Elend aus dem Knast entfernen Und das wollen die ja auch nicht Die wollen ja, dass die Leute da leiden Also Die wollen mich nicht im Knast haben Das sage ich euch direkt Auf jeden Fall Was für eine geile alte Brücke Kann natürlich keiner mehr drüber Aber sie ist verfallen Und sieht irgendwie cool aus Mag ich Sowas War wohl billiger eine neue zu bauen Ja und so ist das halt dann Irgendwie Schlägt man sich da durch Das Geld habe ich natürlich Im Endeffekt nicht wiederbekommen Wie das immer so ist Die stecken sich das halt dann ein Und dann mit einem Anwalt Der mich dann auch noch verteidigen musste Dann musste ich natürlich das Geld für den Anwalt bezahlen Ja Das war eigentlich auch so eine der ersten Dinge Die mich dann richtig abgefuckt haben Ich habe danach War ich nochmal in der Klinik Weil ich total fertig war mit der Welt Mir ging es total scheiße Die haben quasi in meine eigenen Vier Wellen da eingedrungen mit Waffen Und haben uns bedroht im Prinzip Das ist für mich Ja Das ist halt wie ein Raubüberfall So sehe ich das zumindest Und Ja dann bin ich halt auch irgendwann umgezogen Hatten wir deswegen dann diesen Job gesucht Auch Weil ich Irgendwie da raus musste Ich wollte woanders hin Und Habe halt dann versucht Indem ich mir einen Job gesucht habe In einer anderen Stadt Dann aus diesem Scheiß Knast da In Koblenz rauszukommen Quasi Mich da richtig gefangen gefühlt Und bedrängt gefühlt Und alles Ja Ja und so benutzen sie halt die Frauen gegen einen Also die Familie Wird ja sowieso schon manipuliert Von Fernsehen und so Und Radio So dass die alle halt auf der Linie Des momentan allgemeingültigen Meinungssystems beruhen Und Alle die Leute um dich rum Werden natürlich auch da drauf gepolt Dass sie immer nur das machen Was das System von ihnen will Die haben uns in Koblenz auch regelrecht bedrängt Also da waren Leute Die haben Meine damalige Freundin dann bedrängt Wenn sie rausgegangen ist mit ihrem Hund Der war dann am humpeln Weil der wurde vom Auto überfahren Und hat dann irgendwie Eine Hüftgelenkrekonstruktion bekommen Für ein paar tausend Euro Die dann zum Glück Die sie dann aus ihrem Ersparten damals bezahlt hatte Danach hatte sie ja auch nichts mehr Gespart oder so Ganz toll Und Ja Dann hatten wir halt Irgendwelche Leute Die haben dann gesagt Ja der muss doch mal zum Tierarzt Und haben sie nicht ernst genommen Nur weil sie behindert ist Und das ging auch schon die ganze Zeit so Auch ihre Familie hat sie teilweise nicht richtig ernst genommen Weil sie behindert ist Und so Sachen halt So nach dem Motto Ja die kann man ja nicht ernst nehmen Die ist ja behindert Sowas ist halt auch immer toll Das macht man auch bei Kindern immer Ja Kinder Kann man nicht ernst nehmen Die sind ja Kinder Ne so Alles was nicht erwachsen ist Hat keine Daseinsberechtigung Und Darf nicht ernst genommen werden Ist schon ätzend irgendwie Ja Kommen wir mal zum letzten Teil Ja also das ist Tatsächlich so gewesen Dass ich dann 2016 Nachdem ich halt Anderthalb Zwei Jahre lang Mich mit diesem ganzen Propagandamüll auseinandergesetzt habe Und noch ein paar Viele Jahre länger Mit Verschwörungstheorien Und Praktiken Und mit Allmöglichen Und ich habe mir da eigentlich Ein ziemlich klares Bild darüber gemacht Was alles so abgeht Habe auch mitbekommen Dass die USA Einen Erstschlag plant Gegen Russland 2016 Und habe mich darauf vorbereitet Weil es sah Anfang 2016 Wirklich massiv so aus Als würde jetzt der dritte Weltkrieg Tatsächlich losgehen Und Ja Da die Familie von meiner Ex-Freundin Halt auch Schon Gegen mich gestimmt war Und Da überhaupt nicht so Auf meiner Linie war Mir auch nicht wirklich helfen wollte Oder Die Hilfe die sie mir gegeben haben Hat es mir sogar noch schwerer gemacht Zum Teil Ich sollte dann ein Laptop reparieren Beziehungsweise Fertigmachen Für die Mutter von ihr Und das hat Auch nicht geklappt Weil die Mutter Zu geizig war Um das richtige Modell zu kaufen Sich nicht beraten lassen hat Und Hinterher dann noch behauptet hat Ich wäre schuld da dran Dass der Laptop zu langsam wäre Den ich für sie besorgt habe Ja Ist dann irgendwie so Im Vorhinein geizig sein Hinterher behaupten Du bist schuld Ich glaube das kennen fast alle Leute Die schon mal irgendwie Sachen verkauft haben Ähm An irgendjemanden Vor allen Dingen Gebrauchte und so Gerade bei Computersachen und so Ist das oft so Dass die Leute halt einfach nicht hören wollen Dann sich was Billiges kaufen Und sich hinterher beschweren Ja Und dann ist das Äh Genauso war das halt auch Als der Hund von ihr überfahren wurde Damals Da habe ich noch zu ihr gemeint Pass gut auf den Hund auf Mach den auf keinen Fall von der Leine ab Halt den an der Leine Bis äh Unser Bis unser Abhol Service da ist Ne Und Was macht sie Sie macht den Hund von der Leine Und er rennt über die Straße Und wird überfahren Ein paar Jahre später Waren wir noch mal Zu Besuch Bei den Leuten Bei den gleichen Leuten Und äh Sie fragt mich Soll ich lieber die Treppe von oben runter gehen Oder lieber die Treppe von unten nehmen Weil das gab zwei Möglichkeiten Man konnte oben rum gehen Oder unten rum Und ich habe zu ihr gesagt Geh lieber unten Von unten hoch Da bist du sicherer Ne Und sie macht natürlich das Gegenteil Von dem was ich ihr geraten habe Geht von oben runter Und fällt voll auf die Fresse Mitten im Dunkeln Weil sie sie eine Stufe nicht gesehen hat Ja War dann auch irgendwie Aber sie wollte halt auch keine Hilfe Wollte alleine gehen Und ich habe keine Schadenfreude Ich finde das nur Das tut mir irgendwie in der Seele weh Dass Ich dann sogar teilweise noch nach Rat gefragt werde Und die Leute machen dann das Gegenteil So Ja Ist schade Habe ich aber auch schon gemacht Bei meinem Yogameister Wenn er mir einen Rat gegeben hat Habe ich es dann doch nicht so gemacht Habe meine Erfahrung selber gemacht Ne Und Dafür aber doppelt so gut gelernt Hoffentlich Man weiß es nicht Ja Was kann man sagen Ist auf jeden Fall so Dass ich damals dann versucht habe Irgendwie mich Not zu versorgen Falls jetzt wirklich der Krieg ausbrechen sollte Habe ich gedacht Okay Notstromaggregat Vorräte Ein paar Solarzellen Ich wollte auch schon seit anderthalb Jahren endlich mal ein Bett bauen Für meine Freundin und für mich Weil die schläft seit Jahren auf einem Metallbett Und Leute mit Multiple Sklerose sind ja sehr empfindlich Gegenüber Elektroschock Smog Und Deswegen ist Metallbetten Sind ja ganz ungünstig Und Da habe ich dann für sie Ein Holzbett gebaut Und habe halt dieses Geld für uns beide angewandt Und das Geld das habe ich bekommen Ja Damals hatte ich halt einen Handyvertrag Der auf ihren Namen lief Weil Ich hatte ja Schufa und so Und Wollte den Vertrag eigentlich auf meinen Namen dann Überschreiben Aber das ging nicht Und Dann war ich in dieser Notsituation Total bedrängt Seit Jahren Keine Möglichkeit irgendwie zu arbeiten Keine Möglichkeit Was aus mir zu machen Und kaum eine Chance Und Ja Dann habe ich irgendwie Aus lauter Verzweiflung Irgendwie ging das über das Internet Konnte ich die Mit ein paar Klicks machen So ein paar Handyverträge Und habe dafür Handys bekommen Und die Handys habe ich dann An den Mann gebracht Damit ich Geld hatte Und dieses Geld habe ich wie gesagt dann verwendet Damit wir mal ein paar Monate normal leben können Dass ich mal auch was machen kann Die Betten bauen Wie gesagt Das Werkzeug dafür kaufen Und Den ganzen Scheiß Und Notstromversorgung Vorräte anlegen Und das war alles soweit in Ordnung Und ich habe dann sogar Sogar noch obendrauf einen Job gefunden Den musste ich aber wieder abgeben Weil der Chef hat mich nach einem Monat gefragt Glauben Sie, dass die Dass die Anschläge am 9.11. Am 11.9. Also am 11. September Glauben Sie, dass diese Anschläge Von Terroristen gemacht wurden Oder von Ob das ein Inside-Job war Und dann habe ich gemeint Das war ein Inside-Job Bin ich mir ziemlich sicher Und habe ihm auch ein paar Gründe genannt Und direkt zwei Tage später Stand schon in der Zeitung Die Anzeige, dass er jemanden Neuen sucht Ja Danach sind wir noch in Urlaub gefahren Und nach dem Urlaub Habe ich es nicht mehr übers Herz gebracht Ihr das zu verschweigen Was ich gemacht habe Weil ich ein schlechtes Gewissen hatte Und habe es ihr gesagt Und daraufhin hat sie mich halt dann Angezeigt Ich hatte noch versucht sie zu beschwichtigen Habe angefangen die zu zahlen Die Ein bisschen zu spät angefangen Die zu zahlen Aber ich habe angefangen Die zu zahlen in Raten Hatte die Raten auch schon vereinbart Aber dadurch, dass ich jetzt halt noch 4.000 Euro Strafe zahlen muss Kann ich die Raten natürlich ja nicht Bezahlen Ich bin ja nicht Lehrer Ich bin ja nicht Ich bin ja nicht Du Masch Im européen